Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Season 5. Ich bin ein bisschen müde muss ich ehrlich sagen. Ich nehme das gerade ja um viertel nach zehn auf. Viertel elf. Ich suche Essen. Ich habe ja nichts mehr. Erstmal das Grundgerüst. Hier kommt noch eine Etage drauf. Hier daneben kommt auch noch was. Jetzt erstmal hier. Ich bin das gewohnt von GTA. Weil ich mal die Tasse drück. Da sprintet man nämlich. Aber ich kann hier gerade nicht sprinten. Von der Erdzipfel hier. Das wird eine kurze Folge heute. Das kann ich euch versichern. Bis höchstwahrscheinlich auch heute früh um sieben die Inselfolge nicht gekommen. Weil ich da keine Zeit zu hatte. Weil ich geh jetzt auch hier. Guck mal. So spät ist es bei mir. Ne. Das ist immer so praktisch hier so eine Uhr zu haben. Finde ich cool. Dass es die Funktion hier gibt. Weil sonst seht ihr das. Nur. Ja da mal ein bisschen Handeln vielleicht mit dir. Ein unsortiertes Inventar. Auch wenn ich hier ein Screenshot mache, würdet ihr auch sehen. Ja, das ist ja sogar das Datum, wann ich das aufgenommen habe. Sehr der Armer. Hier wird jetzt vierteln. Seht ihr mal, wie die Uhr hier von Minecraft zurückhängt. Mal erst gleich was essen. Jetzt tun wir schneller weiter vorne. Haben wir die Hälfte schon wieder aufgebraucht, bevor wir vorne angekommen sind. So. Ich habe mir vor und von ihm so gedacht, machst du so einen Bogen hin. Und hier drüben eben noch das Gebäude bis an den Berg anbauen. So ein bisschen. Das sieht bestimmt cool aus. Mal gucken, wie das ausschaut. Können wir mal einen kurzen Grundfrist dazu machen. Wir haben hier Sand, Glatten, Sandstein. Wir haben hier die Treppen. Sehr gut. Ich brauche mal ganz gemeißeln. Das ist noch gemeißelter. So. Machen wir so. Dann gucken wir mal hier. Passt ja irgendwie. So. So. Ist das die Höhe? Noch eine Höhe. Ich glaube das ist die Höhe. Äh. Wir brauchen ja keine zwei Schaufeln. Keine Ahnung warum ich so viele Schaufeln im Inventar habe. So. So. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Dann kommt hier wieder in der Mauer hin. Aber erstmal tun wir ja schlafen. So. Jetzt können wir den Rastl von unten machen. Ne. Nicht reingucken. Passt eigentlich perfekt. Können wir hier da. So. Und dann. Ja. Genau. So. Dann haben wir hier oben. Rutsche ich irgendwo ab? Nein. So. Dann können wir uns mal hier so einen Bogengang. Wagen. Mal sehen wie das ausschaut. Ne. So. 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 Find ich jetzt. Ich finde es auch ein bisschen cool dass es ein bisschen asymmetrig ist. Das hat auch was. Also es ist gewollt. Übrigens, das ist asymmetrische oder? Ist das gewollt? Nein ist nicht gewollt ne. Hammer Bock Mist gebaut sagst du. Hammer Bock Mist gebaut. So. Einen nach hinten setzen das ganze. Darum. Sollen wir abpassen, dass wir das Strahlen schön wegbangen. So. Einen glatten Sandstein. Wo haben wir gemeißelten. Wir haben auch schon mehr im Momentar. Hier hatten wir den doch. So, da kommt er hin. So. Oh, hier ist noch ein bisschen was dran. So. Wieder was essen hier. Sonst sterben wir. Sonst sterben wir. So. Wer noch nicht das Informationsvideo zu den Kanal Switch angeguckt hat von mir. Können das mal gerne tun. Und mir berichten wie er das findet. Egal oder welches Video. Ich lese es eh. Da möchte ich euch nicht so. Ja, das schaut noch besser aus. Viel besser. Viel besser. Äh, ja. Doch. Aber viele haben das auch wieder missverstanden. Das finde ich aber nicht schlimm. weil aus Missverständnis entstehen Erkenntnisse. Zum Beispiel der JJ Spiel. Der hat einen guten Kommentar geschrieben. Finde ich auch richtig super. Da habe ich geschrieben, dass er eben. Nicht nur wegen dem Gameplays. Subscribed hat. Und äh. Ne. So nicht. So nicht. So. Genau. Da spielt nämlich die Ehrlichkeit. Und da merke ich es überhaupt nicht. Und das finde ich auch sehr ehrlich. Gute Meinung. Akzeptiere ich auch. Weil das ist ein guter Vorschlag. Das nicht zu tun. Ich kann nämlich den Philipp schon. Und die Jungs. Und nicht alle. Sehr, sehr gut. Und jetzt noch nicht so als in Reelive getroffen haben. Wir wissen zumindest, wie wir alle aussehen. Ne. Und das ist ja schon mal was. Das weiß nicht jeder. Ja, hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Dass das nicht passiert. Oh, die Truhe hat die. Ist eh nix drin. Können wir das Ding umziehen. Die Spannung steigt. Wir haben mal so eine Wand hin. Können wir hier wirklich mal so eine Wand durchziehen, ja? Hier wird gearbeitet. Wir haben hier ein bisschen was falsch gemacht. So. Ähm. Wir haben hier ein bisschen was falsch gemacht. So. Ähm. Wie gesagt. Die Folge wird jetzt nicht alles so lang. So eine Viertelstunde lang. Vollkommen zu. Ich spiele mich sehr, sehr in Zeitstraße. Was heißt sehr, sehr in Zeitstraße. Äh. Sandstein. Flotten Sandstein hätte ich gern. Da ist er doch. Und zwar habe ich einen Termin mit meinem Bett. Und zwar in wenigen Minuten. Während die Videos hochladen, dass ihr noch pünktlich dafür die anschauen könnt. So. Hier kommt jetzt noch Vorsprung raus. Letzter Vorsprung. Sozusagen. Kommt so, ja? So. 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 Ne. So. Ne. Ne. So. Treppen sind teuer. Sehr teuer. Äh. Ja. Das klappt dann wiederum nicht so gut. So. Hier vorne können wir noch so ein bisschen das rum. Uh. Ufemann. Haben wir auch lange nix mehr davon gehört. Zumindest ich nicht. Ich gucke nämlich sehr gerne an. Und da jetzt die ganze Zeit Livestreamt. Sieht man ihn nicht so wirklich. Gerade wenn mal ein Arbeitsmensch ist. Liebe Ufo, wenn du das siehst. Komm wieder zurück auf YouTube. Und mach nochmal ein bisschen Stimmung wieder rein hier. In die Bude. So. Geh mir mal was aus. Können wir dann hier so Stufen rein machen für den Tropenholz. Und da hat man nämlich auch. Na ich geh mal wieder hoch. Upsala. Da kann man nämlich dann drüber laufen. Na. Ja. Ist ne gute Idee oder? Ist ne gute Idee. Find ich auch. Find ich auch. Gut. Da warst du erstmal von mir. Ich wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Aber jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Habt sich bestimmt schon gewundert warum hier so Koppelstein liegt. Ist eigentlich nichts weiteres hier irgendwie hoch zu kommen. Wenn man dann wüsste wie es funktioniert. Irgendwo ist auch ne Leiter. Na. Na, 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 na. Ja. Ich hab ne neue Playlist ne. Das sind auch einige Lieder die ihr jetzt noch nicht kennt. Wo ist denn die Leiter? Guck mal. Da seht ihr sie. Da ist ein Leiter. wo geht es hier hoch? wo geht es hier hoch? das ist die Frage mir ging es nicht hoch? ist doch irgendwo hoch was? ja so schaut hier der Teil aus ah guck mal hier hier ist noch ein Koppelstein jetzt ist mal jemand hochgebaut wuuuuh lass ich mal lieber Mensch nein riskant 1 Hurt äh fehlen auch noch Balken gut gehen wir mal hier hoch legen wir uns mal schlafen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag ciao ciao